Musik 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 Ok, für das Video mein Iconpack öffnen und zwei Hero Ficks mal sehen was wir ziehen werden. Wie immer gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen, dann verpasst du nichts mehr. Und jetzt wenn das Video gerade online kommt, bin ich bestimmt auch schon wieder live auf Twitch. Also erst Video schauen und dann auf Twitch kommen wie immer. So, let's go! Iconpack Musik 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 So, wir gehen rein, Hero Pick, let's go! Musik 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 Natürlich lagst man, meine Freunde. EA-Sports-Account. Shepard wieder rein. Let's go. Yaya Touré. Wichtig. 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 Das ist krass. Einfach die beste Hero, ne? Das ist so heftig. Für mich die beste Hero, weil Ginola habe ich als Laikarte. Kann ich sowieso spielen bei den ganzen Turnieren. Und Yaya Touré habe ich nicht als Laikarte. Also ich habe einfach die bestmögliche Hero für mich bekommen. Geisteskrank. Geisteskrank, Leute. Wirklich, ne? Also für das Peck mag man wieder gerne ein Like da lassen. Ein Abo da lassen. Und wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt, kommt gerne auch in den Stream. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.